hallo und willkommen zu einem neuen canopy growth update wir schauen jetzt mal hier was los bei canopy gestern gab es ja kein update ist auch nicht viel passiert und er hat es bisher nicht geschafft hier eine welle 1 irgendwie auszubauen die irgendwie solide ist also ihr seht wie wichtig es halt ist bei ausbruchssignalen wirklich auf diese struktur zu achten stand letztes update war ja wir haben es geschafft zumindest mal über diesen trendkanal auszubrechen das ist auch immer noch der fall der ist auch relativ klar definiert hier und es ist aber auch es war auch stand im letzten video dass wir eben nur eine dreiteilige aufwärtsbewegung gesehen haben wir haben noch nicht mal einen ersten kleinen mini fünfteiler gesehen also von daher muss man nach wie vor vorsichtig sein ich weiß viele sind dann immer sag ich mal frustriert wenn man sagt naja ich muss erst die fünf wellen sehen und so weiter aber diese fünfteilige aufwärtsbewegung ist halt wichtig weil ansonsten springt man halt auf den zug auf und wenn ich keine keine ersten fünf wellen hat dann habe ich überhaupt null beweise dass zum beispiel ein trend von einem abwärtstrend in einen aufwärtstrend übergeht und ich bin da sehr perfektionistisch ich muss wirklich diese fünf wellen sehen und die müssen sich auch an gewisse fibonacci richtlinien halten also bis jetzt kann man sagen das ist nur eine dreiteilige aufwärtsbewegung die hier seit dieser reaktion auf diese mini unterstützungszone ja sich ausgebildet hat und klar wir sind über diesen trendkanal ausgeboren vielleicht macht er einfach einen retest aber wie gesagt bisher nur in drei wellen das heißt man kann hier noch kein klar bullisches sage ich mal setup identifizieren ja gibt natürlich ein paar dinge die hier möglich sind es ist zum beispiel möglich dass das eine welle eins war dann aber in einer größeren diagonal bewegung das heißt das wäre jetzt eine welle zwei dann müsste der aber wirklich auch nächste woche direkt nach oben laufen denn für ein solches szenario und bitte nicht falsch verstehen dass es nicht zuverlässig es wird er erst halbwegs zuverlässig weil ich halt nur drei teile habe wenn ich die ersten fünf wellen nach oben sehe wäre möglich dass also es war möglich dass er hier die ersten fünf wellen ausbildet auf einem kleineren wellengrad hat er schon mal nicht geschafft hieraus können keine fünf wellen mehr werden das heißt wir haben eine dreiteilige bewegung das kann natürlich trotzdem noch bullisch werden wie gesagt das ist aber nur ein dreiteiler das heißt ich muss den nächsten fünf teiler sehen als übergeordneten wellengrad das hier ist auf jeden fall eine abc so das kann die abc sein in der 1 einer diagonale dann wäre aber die welle 3 auch eine abc und die welle 5 auch das wäre halt möglich als diagonal bewegung aber das ist möglich das ist nicht wahrscheinlich das ist jetzt ein ja ich will nicht sagen eine exotische struktur das nicht aber das ist eine der man nicht vertrauen kann also das ist aber eine möglichkeit was könnte noch sein es könnte sein dass sich zum beispiel hier die welle 1 als abc als größere abc ausbildet das aber vielleicht sogar noch ein bisschen spekulativer dann dann wäre das nämlich hier eine abc dann kommt die 1 dann macht er die 2 dann könnte eine abc machen in der größeren 3 4 5 so oder so es hilft nichts es sind keine fünf wellen das heißt ich brauche hier gar keine fünf teile andeuten das ist eine möglichkeit was ich andeuten kann ist dass das eine abc ist und wir müssen schauen was daraus wird in einer abc struktur kann man nicht vertrauen das heißt wir haben hier noch kein klares wende signal so viel kann man auf jeden fall festhalten wir müssen jetzt sehen ob er dieses letzte tief halten kann bei 6 dollar was war das hier knapp 6 dollar 15 wenn er das halten kann und dann über das letzte hoch ausbricht dann würde ich sowas in betracht ziehen was ich euch eben gezeigt habe dann kann man das weiterhin tracken in der kommenden woche wenn er aber jetzt wieder unter die 6 dollar 14 bricht dann müssen wir mit diesem weiteren abverkaufsszenario halt weitermachen wir haben ja wie gesagt in dieser welle zwei noch keinen boden bestätigt den würde ich erst bestätigen wenn wir die ersten fünf wellen nach oben sehen gefolgt von der ersten dreiteiligen abwärtsbewegung ich habe das zwar hier so gelabelt aber wie gesagt wir brauchen die erste bestätigung das heißt der kann natürlich noch weiter nach unten laufen dann muss man schauen wie sich das jetzt hier zum beispiel weiter dann fortsetzt es gibt zum beispiel die möglichkeit das sind dann natürlich optionen dass die 1 erst hier war die 2 hier dann ist die 3 hier und er macht jetzt erst die 4 das wissen wir aber noch nicht deswegen wir haben eine these die ist erstmal okay wir sind noch immer in bärischem in einem bärischen szenario beziehungsweise haben noch immer kurzfristig bärische price action und wir schauen aber ob wir den ersten fünf teilern nach oben sehen erst dann kann man ja wirklichen boden bestätigen wir haben übergeordnet eine bullische zählung ein bullisches potenzial in gelb dargestellt da es aber auch ein bärisches gibt ihr wisst es und das ist auch hoch wahrscheinlich in blau dargestellt bin ich halt vorsichtig hier einen boden auszurufen sondern wir schauen einfach ob er irgendwo hier einen ersten beweis uns liefert es gibt ja hier das sage ich mal dass man kann sagen das übergeordnete szenario wo ich einen ersten fünf teile habe nach oben einen möglichen drei teile nach unten der ist aber noch nicht abgeschlossen der kann sich natürlich noch in einen fünf teile nach unten entwickeln zu ganz neuen tiefs kommen aber wir haben eben jetzt diese unterstützungszone ja auch erreicht und hier schauen wir eben auf wende signal aber auf wende signale schauen ist nicht das gleiche wie ein boden ausrufen oder ein bullisches szenario bestätigen die bestätigung kommt dann erst wenn ich die ersten fünf wellen nach oben sehe die unterstützungszone ist definiert immer noch zwischen 6 40 und 3 96 da hat sich auch nichts dran geändert die nächsten unterstützungen liegen bei 5 dollar 71 und 5 dollar 26 und das heißt es ist ja wichtig wenn ich so ein erstes bullisches potenzial habe und es ist erstmal nur ein potenzial dass wir dann eben hier sagen okay übergeordnet kann man zumindest mal ein aufwärtstrend annehmen das wäre eine annahme und der muss aber bestätigt werden dadurch dass eben auch auf dem kleineren time frame der trend auf gleicher linie läuft also wir brauchen hier den aufwärtstrend den haben wir möglicherweise aber wir brauchen jetzt eben weil die micro price action ist immer noch bärisch da auch die wende ich hoffe das habe ich anschaulich genug erklärt weil nur wenn diese time frames diese wellen gerade übereinstimmen dann habe ich ja einen bullischen dann habe ich eine trendfortsetzung nach oben ansonsten sind wir hier kurzfristig in einem abwärtstrend und man würde gegen den trend arbeiten wenn man jetzt heftig long geht oder so ich hoffe das macht sinn das heißt nächste woche müssen wir auf das letzte swing high ganz klar achten dann können wir die zählung nach oben fortsetzen wäre aber eben erst mal nur eine größere korrektive rallye mit einer schoß auf einen fünfteiler aber das muss erst bewiesen werden mit einem bruch unter das letzte tief schauen wir auf die 5 dollar 71 und die 5 dollar 26 ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist bitte ein like da lassen aber und einen kommentar schaut doch gerne mal bei patreon vorbei den link findet ihr in der video beschreibung dort gibt es tägliche updates zum s&p 500 und viele aktien updates allerdings nur in englischer sprache das gibt es bis jetzt noch nicht in deutscher sprache und ansonsten habt ein schönes wochenende bis dann tschau tschau